Dies wird nur ein kleines Update Video sein und zwar habe ich seit einigen Monaten nichts mehr hochgeladen und ich hatte einigen Leuten Roleplay Videos versprochen. Ich bin drauf gekommen, dass es mit dem Handy nicht sehr befriedigend ist Roleplay Videos aufzunehmen, denn man kann sich ja selber nicht sehen mit dem Handy und das war immer sehr sehr umständlich für mich und ja aus diesem Grund konnte ich eben keine Roleplay Videos mehr machen und ich möchte mich dafür entschuldigen bei allen denen ich welche versprochen hatte. Ja und ich dachte nur es sei jetzt an der Zeit euch das zu sagen, weil ihr euch vielleicht schon wundert warum das so ist bei mir. Ja ich möchte mich auf jeden Fall für alle lieben Kommentare bedanken, die ich bis jetzt bekommen habe, vor allem für meine deutschen Videos, die ich sehr sehr gerne mache und heute habe ich ein ganz ganz liebes Kommentar von Chutanuga erhalten. Ich wollte dir nur sagen, wie sehr ich mich über deinen Kommentar gefreut habe. Nur das Problem ist, ich kann jetzt seit einigen Tagen, ich weiß auch nicht warum, keine Kommentare schreiben beziehungsweise auf keine Antworten. Aus diesem Grund sage ich dir hier und jetzt auf diesem Wege ganz lieben herzlichen Dank für dein liebes Kommentar. Ich werde weiterhin Videos machen, sobald ich eine neue Videokamera habe und vielleicht dann auch ein binaurales Mikrofon. Ich versuche mich euch hier ein bisschen zu beeilen, weil ich nicht weiß, ob meine Videokamera auf dem Handy gleich aus sein wird, weil das vorhin der Fall war. Ja auf jeden Fall macht's gut, bitte habt Geduld, ihr werdet ganz bestimmt noch wieder Videos von mir sehen. Okay das war mein Update Video. Ganz ganz liebe Grüße an euch allen. Tschüss.